Naja, man wird doch nicht viel tun, aber... ...schlecht sich auf die Basis. Die Heldung brauche ich jetzt nicht wirklich, aber... Jetzt geht es hier wahrscheinlich vielleicht wieder zur Sache. Die Heldung ist genug hier. Na dann wollen wir mal. Verdammt. Die Heldung ist genug hier. Scheiße, hier ist schon wieder ein Hund. Die Heldung ist genug hier. Wiederhole, Alpha ist gesichert. Ähm... ... 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 Die Heilung gibt es hier en masse. Ah, das ist unser Quartier. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ach, scheiße. Dafür ist der Helm gedacht. Sehr schön. Ah, da können wir lang. Gehen weiter hier. Ich bin noch voll. Mehr als voll. Ich bin noch voll hinten angegriffen. Zwei hintereinander. Meine Fresse. Ich wollte mich verarschen. Ich meine, wir haben viel Energie gehabt hier, aber... Ganz dann wird es kritisch. Und die! Munition. Kann aber auch ein bisschen was verschwindet. Ich wollte mich doch verarschen. Geringere Sicherheit, hat sie gesagt. Weil wir eingeladen sind. Geringere Sicherheit. Jetzt meinte sie. Ja, komm, Rambock. Alter Schwede. Jetzt kommt sie in die Versteckung mehr. Jetzt kommt sie in die Versteckung mehr. Jetzt kommt sie in die Versteckung mehr. Jetzt kommt sie in die Versteckung. Jetzt kommt sie an. wir müssen streaky auf vorn gehen das ist eine Heldung ganz nett wir sollten gleich noch weiter gehen irgendwann kommt es hier früher oder später kommt es hier in Verstärkung ok, hier waren wir schon den Endschuss finde ich noch nicht so gut auf der Venus Empfangshalle dann mal schnell hier wieder runter ok, hier kommen wir nicht lang ich finde wir den Kanzler Gänse Füße, Gänse Füße hier kommen wir ja raus hier kommen wir ja raus hier kommen wir in den Zonen hier können wir die noch killen das finde ich noch ganz nett wenn wir den Kanzler finden würden hast du ihn gefunden? wie liefst du der Sieg? Keiler sonst den genannt wo sind die? wo sind die? selbst die Wissenschaftler sind bewaffnet da rennt noch einer rum da rennt noch einer rum die und die das in der die 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 Was sollen wir hier tun? Ach, da geht es vielleicht wieder raus. Woher kamen wir hierher? Nein, weg kann man nicht her. Das wäre so eine Befriedigung für mich. Den zu finden und auszuschalten. Okay, kein Alarm geschlagen. Das ist praktisch. Wir haben ja mein Ticket raus. Der Ticket raus, aber... Ich würde gerne noch... Ich würde gerne noch einen Bartlosen töten. Das ist hier wohl nicht unsere Mission. Das bedroh ich sehr. Oh, schade. Level verlassen. Können wir nicht noch eine Bombe auf die... Wasser abwerfen. Um die aufzukehlen. Ich würde den Zugang selber einheben. Achtung, wir fixen uns. Nach der Reaktion ist nun bestätigt. Nicht, 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 nicht. Notfallauswurf eingeleitet. Und dann machen wir mal mit einem kleinen Spaziergang auf der Venus. Und dann geht's Abendessen. Und dann geht's Abendessen. Würde ich wohl schnallen. Ich glaube, der hat die ist auch schon freigeschneidet. Einmal wechseln wir. Er hat uns schon freigeschneidet. Ja, wir müssen unseren Raumzug hier kühlen, damit wir nicht, damit uns nichts weiß wird hier. Und dann treffen wir da auf Vader hier, so wie es aussieht. Vielleicht kriegen wir doch nur den die Möglichkeit, den Kanzlein zu verpassen. Was bist du denn für einer, neidige Scheiße? Scheiße. Nenung gibt es hier auch nicht besonders. Oh Scheiße. Verdammt, ich verbrenne. Noch nicht. Dann geht ein Decke mal kaputt. So, so einen, den wir schon mal gekümpft haben in der... in der einen Stadt. Anstatt laufen hoch aus. Das ist aber auch nicht unsterblich. ein paar schuss habe ich noch ich hole die hier rein ich muss ja irgendwann mal die Emulationen alle müssen wir auf die andere Seite Abkühlung Abkühlung ja, man könnte sagen, mach schnell die Abkühlung auch umsonst Abkühlung 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 Ich muss nicht mehr die in den kleinen Alter Schweder Ich glaube, er geht da unten Er ist da unten Sehr schön Ich muss nicht mehr Ich muss nicht mehr Abkühlung 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 Ich muss nicht mehr Aufwärter Abkühlung Abkühlung vielleicht noch den... naja, eigentlich will ich den nicht... ich weiß ja nicht den Kanzler tüten wir das Arschloch mal da ok, wie kommen wir jetzt rein, einfach durch oder... tja, ist das jetzt zu sind wir da unten rein oder... ebenso ein bisschen Eingang geben na, hier gibt es einer, genau ach scheiße, wir wurden entdeckt wo sind wir jetzt ja, kommt an hier rein da habe ich Heilung entdeckt in mir nachdem ist frittisch wir gehen mal auf wir gehen mal auf und wo sind wir heute hier hinlegen oh kacke, ich brauche Heilung irgendwo ein bisschen Heilung nicht wirklich ach du scheiße, 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 scheiße oh kacke ich bin die großen Ausscheidungen hier unten kommt noch ein großer ja Alter, die lassen mich hier wirklich nicht durch Kommandant den Milchhaus ausschalten wo ist der Kommandant der hier au 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 vielleicht auch irgendwo eine Konzeptart gesehen scheiße, scheiße, scheiße und jetzt noch mal Heilung den großen muss noch ausschalten Heilung, Heilung ich brauche mehr Heilung jetzt bin ich gleich wieder tot Heilung ich bin zu näher das passt mir außerordentlich vielleicht vielleicht gibt es ein Checkpoint oder so wahrscheinlich nicht, wenn ich das Spiel kenne nein, natürlich nicht ich Alter, bitte alle auf einmal mal ich kann hier wieder ein bisschen durchrennen da steht direkt vor meinem Schnauze das war jetzt scheiße das war jetzt scheiße wie ich sich ja rein das finde ich herrlich wo ist denn der Kommandante hier wo ist denn der Kommandante hier 40 HP ist nicht ausreichend 40 HP ist nicht ausreichend scheiße kommt nur runter kommt nur runter in den Arsch geschossen in den Arsch geschossen in den Arsch geschossen ich will die Kommandante sehen bei der Kommandante ich will die Kommandante sehen ich will die Kommandante sehen ich will die Kommandante sehen ich habe Zeitung sehr schön aber wo bin ich hier was mache ich überhaupt hier wir wollen von der Venus runter jetzt kämpfen wir uns hier in Blu durch zu einem Raum hin eine Rakete finden wir wahrscheinlich und runter von der Venus Luftschlöser schon wieder diese Hitze endlich aktiviert oder was Alter wo sind die ist das eine Brune verdammt ich verbrenner nicht so lange ich hier bin ist es gerade schlecht was denn der Kommandant hier schweiß schweiß ohne ohne Heindung hier durch ist ein bisschen schweiß mit der Checkpoint jetzt bin ich wieder am Hang da gut verer Checkpoint kommandant kommandant ist hier nicht wie es ausschaut das ist das ist ruhig das ist ruhig ich verfickte Kommandant muss hier auch nur noch sein ich werde jetzt hier wieder durchrennen ich werde jetzt hier wieder durchrennen ich sehe sie nicht ich sehe sie nicht was was erschießt mich jetzt der hier Alter direkt vor meiner Schnauze stand der das ist noch nicht wahr jetzt hab ich den nicht treffe wäre wie wenn ich den Gesicht direkt ins Gesicht schieße das ist noch nicht kann noch keine Wahrheit sein Alter diese Roboter-Bastalle Scheiß auf die Drohne Ignorialis und rennen hier durch das bringt es auch nicht Kommandant das ist auch nicht 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 das ist auch nicht